Das Endstügel bei den bundesoffenen Tichtungsstadtmeisterschaften. Herren B1, Zajan, Marke, Freie, Michael, Tisch 24. In Wurzburg 2013, Jugendleistungslässe 1, Lokalmodell vom SP Fassbach, das ist der Verein, der diese Meisterschaft in Osttrieb. Schlagmüller, Gegenwand, Stelting. Das Doppel-Einspiel hat Schlagmüller übrigens schon gewonnen, an der Seite von Julia Schröder. Und es steht 6-6 im Ersten. Der Spieler frisch bitte auf Tisch zu 12, zweiter Aufruf. Auf 2, Korn. Herren Dora Heinzel, Team Patrick gegen Wurzburg, Lukas, Tisch 22. Anschalμαiltstag, der große Niedsflug wurden auch eine Mehroh natürlich подbakelementiert. Nach dem Leigh Unruh auf dieylpasstinde der T Member entzündigt sich, in der zwei Jahren eine Ehre раск ampl barrelres, mit dem Barbic ist sehrgiuer und mit dem Hinsch dogmatische Gelderland im Januar. Wir haben Dora Heinzel, Koda, Kusch, Christoph, G, Abra, Jamal, G6. . . . . . . . . Schatz Nummer 2 im Jürgen Doppelfinale. Vielen Dank. Applaus 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 Hier. Ja, der Vora, Einzelfüller Jürgen gegen Piepsch. Adrian, nicht 28. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ich habe eine recht Angst, ob es die Geschichte ist. 5, 9. 5, 10. Herrendora Einzel-Eck-Marcus gegen Heller-Tim. Tisch 16. 10, 6. 5, 10. 3, 9, 10. Jetzt noch 8, 10. Zwei Gute auf die Schneide. 0, 17. Gut machen die ja eigentlich nicht mehr fürchterlich ängstlich. Und was unglücklich viele Netzberühle hier, die ihm dann letztendlich das doch noch aus dem Rhythmus gebracht haben. Hilfe! Die Netzberühle dann allerdings zu uns, liebes Fürstbacher, sonst hat es bald zu meinem Tanz. Jawohl!